Wirst du die Gurke essen innerhalb von einer Minute und du kannst dann was aussuchen irgendwo für 100 Euro. Ja, okay. Ab jetzt. Schmeckt? Nein. Hupst du eine Sekunde? Ich muss ein bisschen gurgeln vielleicht, oder? 30 Sekunden noch? Schaffen wir, schaffen wir. Du mithelfen? Nein. 10 Sekunden noch? 10? 9? Sag doch mal 8. 5? Sag mal 4? 2. Ja, gut, nicht geschafft, ja. Aber machen wir trotzdem Wurzeln? Wurzeln. Gut. Los, Attacke. So, jetzt sind wir da. An der Kasse sagst du einfach, wo ist Team Jentsch? Team Jentsch, ja. Und dann wissen die Bescheid. Okay. Kriegst du einen Gutschein, dann kannst du was aussuchen für 100 Euro. Okay, danke. Gut. Schönen Tag noch. Attacke, ja. Viel Spaß, ja. So, gut. Ab und schnell. Kommt.